Ihr möchtet veränderte oder gelöschte Daten auf eurem NAS jederzeit auf einen beliebigen Stand wieder zurückspielen können? Dann ist Snapshot Replication das Paket eurer Wahl. Snapshot Replication ist mitunter Synology's meist unterschätztes Backup-Paket, denn kein anderes Paket kann in so kurzen Zeitintervallen so viele verschiedene Versionsstände eurer Daten erstellen und diese dann geschützt auf weitere NAS-Systeme übertragen, um sie dann dort in kürzester Zeit wieder zur Verfügung stellen zu können. Aber eins nach dem anderen. Wie der Name bereits verrät, bietet das Paket Snapshot Replication zwei wesentliche Funktionen. Erstens die Erstellung sogenannter Snapshots, das sind Momentaufnahmen eines Systembestandteils und zweitens die Replizierung dieser Snapshots hin zu einem weiteren Synology NAS. Und auch erst dann nach der Replizierung handelt es sich um ein richtiges Backup. Vorher erreicht ihr mit solchen Snapshots eine Art Versionierung eurer Daten. In diesem Video lernt ihr die Erstellung, Verwaltung und Wiederherstellung von Snapshots kennen. Wie ihr dann im Anschluss Replikationsaufgaben erstellt und eure Snapshots auf anderen Synology NAS-Systemen wiederherstellen könnt, das erfahrt ihr in einem separaten Video. Und es geht auch direkt los mit den Voraussetzungen. Um Snapshot Replication einsetzen zu können, benötigt ihr in erster Linie ein Synology NAS, welches das Dateisystem btrfs unterstützt. Denn darauf basiert diese Snapshot Funktion. In der Liste der eingesetzten Modelle könnt ihr ganz einfach nachsehen, ob euer NAS mit dabei steht. Achtet aber darauf, dass sich die Daten, von denen ihr Snapshots erstellen möchtet, auch wirklich auf einem zuvor erstellten btrfs Speichervolume und nicht auf einem zum Beispiel ext4 Volume befinden. Das könnt ihr im Speichermanager einstellen und nachprüfen. Und dann kann es auch schon losgehen. Snapshot Replication eignet sich besonders dann, wenn ihr mit Clients und Geräten direkt auf den Speicher eures NAS zugreift und dort mit den Daten arbeitet. Zum Beispiel mit einem Netzlaufwerk via SMB Protokoll. Oder ihr verwendet das Synology NAS als Speicher für Virtualisierung, so dass andere Umgebungen, beispielsweise über das iSCSI Protokoll, direkt auf reservierten Blockspeicher zugreifen können. Das würdet ihr dann über den Saarmanager einrichten und verwalten. In beiden Fällen könnt ihr versionierte Snapshots erstellen. Im Fall der Ordner von Dateien geschieht dies auf Basis eurer freigegebenen Ordner, also eurer grundlegenden Verzeichnisse. Diese könnt ihr in der Systemsteuerung erstellen und managen. Bei Virtualisierungsspeicher erstellt ihr die Snapshots hingegen von bereitgestellten Speichern, sogenannten Logical Unit Numbers, kurz LUNs. Und wie einfach das geht, das zeige ich euch jetzt anhand einem konkreten Beispiel. Wir befinden uns nun in DiskStation Manager und als allererstes installiert ihr Snapshot Replication über das Paketzentrum. Dort findet ihr das Paket unter der Kategorie Datensicherheit aufgelistet. Snapshot Replication ist für alle unterstützten NAS-Systeme kostenfrei. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, öffnet ihr die Anwendung. Die Benutzeroberfläche ist sehr einfach und übersichtlich gestaltet. Es gibt insgesamt fünf Bereiche. Überblick, Schnappschüsse, Replikation, Wiederherstellung und Protokolle. Da wir in unserem Fall bisher noch keine Schnappschüsse erstellt haben, wechseln wir zu diesem Bereich. Hier werden euch dann alle eure freigegebenen Ordner und separat dazu jegliche LUNs aufgelistet, die sich auf eurem NAS befinden. Um manuell einen Schnappschuss zu erstellen, wählt ihr den gewünschten Ordner an und klickt auf Schnappschuss. Ein Schnappschuss machen. Für eine bessere Dokumentation könnt ihr dem Schnappschuss auch eine Beschreibung hinzufügen. Mit der Option Sperren stellt ihr sicher, dass dieser Schnappschuss nicht automatisch durch eine bestehende Aufbewahrungsrichtlinie gelöscht werden kann. Unveränderliche Schnappschüsse gehen dann noch einen Schritt weiter, sodass für ein bis 30 Tage keinerlei Möglichkeit besteht, den festgehaltenen Versionsstand zu löschen oder zu verändern. Nicht einmal der Administrator selbst kann dann innerhalb dieser Zeit, also dieser Schutzdauer, irgendetwas löschen oder verändern. Wenn ihr mehr über das Thema unveränderliche Daten mit WOM erfahren möchtet, dann schaut doch gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Denn dort gibt es ausführliche Videos zu diesem Thema. In unserem Beispiel sperren wir den Snapshot lediglich. Ihr bestätigt anschließend, mit OK und schon ist euer Snapshot erstellt. Das funktioniert in Sekundenschnelle. Der Snapshot wird euch nun auch in der Schnappschussliste des Ordners angezeigt. Was jetzt aber weiterhin fehlt, ist ein geplanter Schutz, denn kaum einer von euch wird jeden einzelnen Snapshot manuell erstellen wollen. Deswegen wechselt ihr für geplante Schnappschüsse in das Einstellungsmenü und aktiviert dort den Zeitplan. Dabei könnt ihr festlegen, an welchen Tagen dieser gelten soll, ab welcher Uhrzeit Snapshots erstellt werden und in welcher Häufigkeit. Häufigkeiten von mehr als einmal pro Stunde findet ihr unter dem Punkt weitere Optionen. Aber aufgepasst, viele Snapshots in kurzen Intervallen können sich auf die Systemleistung eures NAS auswirken. Vor allem dann, wenn es sich um große freigegebene Ordner und Loons handelt, bei denen sich ständig viele Daten ändern. Ihr habt hier die Wahl zwischen 30, 15 und minimal fünf Minuten als Intervall. Nach der Bestätigung könnt ihr für Snapshots, die häufiger als einmal pro Tag erstellt werden, noch eine Endzeit einstellen. Die hier verfügbaren Uhrzeiten passen sich euren zuvor festgelegten Häufigkeiten an. Und damit ist euer Schnappschusszeitplan bereits fertig konfiguriert. Aber wie viele Snapshots könnt ihr jetzt insgesamt erstellen und verwalten? Wie eben bereits gezeigt, kann der Zeitplan auf einen Intervall von bis zu alle fünf Minuten eingestellt werden. Die maximale Anzahl an Snapshots orientiert sich jedoch am werkseitig installierten Arbeitsspeicher eures NAS. Bei Modellen mit mindestens zwei Gigabyte RAM könnt ihr bis etwa 65.500 Snapshots pro System verwalten. Bei Geräten mit weniger als zwei Gigabyte insgesamt bis zu 4096. In beiden Fällen gilt pro freigegebenen Ordner bis zu 1024 Snapshots und pro Loon maximal 256 Snapshots. Bei so vielen Snapshots ist effiziente Speichernutzung ein wichtiges Feature. Snapshots erfordern im Vergleich zu Standard Backups nur minimalen Speicherplatz. Sie arbeiten mit sogenannten Subvolumes und sind blockbasiert. Auf diese Weise entsteht bei erstellten Snapshots nur dann Speicheraufwand, wenn im Vergleich zu den Vorversionen weitere neue Daten hinzugekommen sind. Und trotzdem empfehlen wir euch bei einem geplanten Snapshots Richtlinien für die Aufbewahrung zu verwenden und diese auf eure Bedürfnisse anzupassen. Auf diese Weise erzählt ihr die größtmögliche Speichereffizienz. Beachtet dabei aber auch, dass die Speicherrückgewinnung nach Löschung von Snapshots ein wenig Zeit und auch Systemleistung in Anspruch nehmen kann. Ihr könnt daher im Speichermanager einen Zeitplan für die Speicherrückgewinnung festlegen. In den erweiterten Einstellungen gibt es dann noch eine weitere hilfreiche Option. Ihr könnt die Snapshots nämlich in freigegebenen Ordnern sichtbar machen, so dass die Benutzer des freigegebenen Ordners die Schnappschüsse des Ordners durchsuchen können. Einzige Bedingung dafür, diese freigegebenen Ordner dürfen nicht verschlüsselt sein. Sonst funktioniert das nicht. Ihr bestätigt also eure Einstellungen und euer geplanter Schutz durch Snapshots ist bereit. Der Status hat sich entsprechend von kein geplanter Schutz in orange auf geplant in blau umgeändert. Wenn ihr euch übrigens nicht sicher seid, wie viel Speicher eure Snapshots über einen bestimmten Zeitraum hinweg verbrauchen könnten, dann kann euch die Funktion Größe berechnen weiterhelfen. In der Schnappschussliste werden nun nach und nach alle automatisch erstellten Snapshots gelistet. Ihr könnt bei jedem Snapshot die Beschreibung anpassen, den Snapshot entfernen und wichtige Versionsstände bei Bedarf mit Sperren vor einer automatischen Löschung schützen. Gesperrte Snapshots werden entsprechend mit einem Schlosssymbol markiert. Wenn ihr in den Einstellungen zuvor die Sichtbarkeit von Snapshots aktiviert habt, dann könnt ihr nun an dieser Stelle bereits die Durchsuchen-Funktion nutzen. Ihr landet dann direkt im passenden Ordner, in der File Station zum Versionsstand des gewählten Snapshots. So könnt ihr einerseits prüfen, ob der gewählte Snapshot auch wirklich den gewünschten Versionsstand eurer Daten beinhaltet und ihr könnt einzelne Dateien in dieser Version kopieren oder herunterladen. Bleibt noch eine Frage, wie spielt ihr jetzt neben einzelnen Dateien ganze Unterordner oder euer gesamtes Verzeichnis zurück? Hier gibt es mehrere Möglichkeiten und eine davon ist besonders komfortabel. Im Paket Snapshot Replication könnt ihr im Bereich Wiederherstellung einen eurer geschützten Ordner oder Lohns anwählen, auf Wiederherstellen klicken, den gewünschten Versionsstand auswählen und habt dann unter Aktion die Wahl, ob ihr entweder den bestehenden freigegebenen Ordner wieder zurück setzt oder diesen Ordner in der gewählten Version mit neuem Namen klont. Richtig komfortabel wird es, wenn ihr den betreffenden freigegebenen Ordner per SMB als Netzlaufwerk eingebunden habt. Denn dann könnt ihr bei jedem Ordner und jeder Datei, beispielsweise in Windows, einfach mit Rechtsklick die Eigenschaften öffnen und dort dann unter dem Reiter Vorgänger Version einen der Wiederherstellungspunkte auswählen. Euren Snapshot. Und auch hier habt ihr wieder die Wahl, den Versionsstand entweder parallel in einem weiteren Fenster zu öffnen oder diesen direkt wiederherzustellen. Praktisch, oder? Und das wär's für dieses Video. Und wenn ihr mehr über weitere Backup-Lösungen von Synology erfahren möchtet, dann schaut doch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis dann!